Ich bin Christ. Klug und nervt. Die Comedy-Serie mit Jens, Jens der Christ, Häschen, und Gott. Eigentlich Yahweh. Und das bedeutet, ich bin. Häschen. Lagerfeuer. Jens, darf man sich über Gott lustig machen? Hm, das ist eine gute Frage, Häschen. Ich persönlich glaube ja, dass Gott schon ein bisschen Spaß versteht und auch mal über sich selber lachen kann. Aber fragen wir doch Gott einfach mal selber. Lieber Gott, darf man sich über dich lustig machen? Was glaubst du wohl, wer den Humor erfunden hat? Die Schweizer. Ach, Häschen, red doch kein Blödsinn. Die waren's nicht. Die erfinden nur irgendwelche Bonbons. Du warst es aber bestimmt nicht. Du bist sowas von humorlos. Denk doch mal nach, wen Gott meinen könnte. Wer hat zum Beispiel solche komischen rosa Häschen wie dich erschaffen? Meine Mama? Nein, Häschen, das meine ich doch nicht. Er meint mich. Als ich Adam und Eva erschaffen habe, habe ich auch den Humor erschaffen. Und ich habe gesehen, es war gut. Genau. Gott hat uns nach seinem Ehenbild erschaffen. Und das bedeutet, dass Gott, genauso wie wir, auch Humor hat. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Gefühle anderer Menschen mit unserem Humor verletzen. Hast du sonst noch irgendeine Frage? Für heute nicht. darst du so? Vielen Dank.